Willkommen zu Monis Magische Adventszeit und Türchen Nummer 21. Ich stehe hier auf der Main Street und hier gibt es super viele Erinnerungen an Walt's Familie. Hier haben wir erstmal Depperdance Haircut Friseursalon. Der ist inspiriert von Walt's Vater, denn Walt's Vater war tatsächlich Friseur. Hier zur anderen Seite haben wir Lillys Boutique. Das erinnert an seine Frau Lilli. Natürlich hat sich auch Walt selbst hier verewigt mit seinem eigenen Restaurant. Und auch hier Floras Boutique zu Ehren seiner Mutter Flora. Ja. Vielen Dank.